Hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Connor für die Modern Warfare. Warum ich jetzt eigentlich zwei Multiplayer-Maffen habe, ist ein Grund. Bei der bin ich ja fast Level 70 und hab alles freigeschaltet bei der Waffe. Speziell werde ich jetzt die zweite Waffe, die ich jetzt angefangen habe zu leveln, werde ich dann halt so leveln, dass ich auch auf Level 60 bin. Also nicht heute, nicht in der Folge, sondern generell auch auf Level 60, damit sich die beiden dann in Multiplayer zusammen einsetzen. Zum Beispiel die als erste Waffe, die andere als zweite Waffe. Um halt, wenn ich keine Munition mehr bei einer Waffe habe, die andere Waffe zu nehmen. Das sieht dann speziell so aus, weil diese Waffe ist ja schon fertig. Ich nehme meinen Geist raus. Wer hatte speziell die Waffe erstmal eine eigene Waffe? Einen Namen verwenden. Einen Namen verwenden, habe ich vergessen. Wo MP. Wo MP. So. Speichern. So. Dann werde ich hier. Das ist ja mein, meiner. Aber da würde ich dann, ähm, meine. Als Erstwaffe. Und dann natürlich, ähm, die hier, wo mein, wo ist. Als Weitwaffe. So. Speziell ist halt, ähm, wie soll ich noch erklären? Ich erzähl's halt. Und das halt für die, wenn ich halt, ähm, keine Munition bei einer Waffe habe. Und. So. Ich halte mal in die Runde. Ähm. Die. Werde aber erst noch weiter mit der Waffe die nicht würde. Wo ich eine Staffelpreim navvllen könnte, sonst lavaße ich ja die andere Waffe. Weil die andere einhör her. Speziell so. Aber ein Schaff rein würde ich könnte ich jetzt auch diese Multi Player 1 nehmen. Und hier das LG nochmal einpacken. Ja. und gut das ist die gute map für jeden schluss ja 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 Was ist das? Team Deathmatch, wir haben eine Freigabe für alle Bedrohung. Wir liegen vorne! Ist Map einer? Bin ich an irgendeiner? Ich bin einer, bin ich wirklich an irgendeiner Coole, die ich damals richtig gerne gespielt habe. Und Go! Führung verloren! Lade nach! Wir liegen in Führung! Okay! Nein, das ist für die Führung verloren! 2er Coole, aber... 2er Coole, aber... Guter Cap! Double Abschuss! Aufklärung, bereit! Verstanden! Falcon 3-0 ist unterwegs, persönliche Radar überlassen! Ziel am Boden! Verstanden! 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 Wir haben Shorelin! oh wir hatten einen Fagg, wir hatten einen Fagg Granate ist raus! Ah! Lade nach! Kontrolle! Da waren alle, da waren alle! Ja, so ist eigentlich nicht aufrichtet, meine Waffenwahl! Weiß im Kesselraum! Da kam halt einer einfach rum! Mit dieser Reu, die gekämmt war! Gute! 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 Warum hockt er das? Gute! Gute! Lade nach! Werfen Granate! Wir schießen! Ich habe einen erwischt! Ich gewinne! Gute! 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 Wir haben es fast geschafft! Kämpft weiter! Wir kämpfen weiter! Hier! Munition! Gefeindliches, Persönliches Radar online! Lade nach! Magazin wechseln! Bereit für mehr! Hier ist Falcon 3-0. Persönliches Radar aufgebraucht. Rückruf zur Wartung. So, ich schieße mir das mal ab. Verbündete Drohne online. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Bekommen. Feind sein Wald. Führung verloren. Feindliches Persönliches Radar online. Radar vielleicht nicht. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Blindgranate. Feindlicher Präzisionsluftschlag im Anflug. Auf geht's. 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 wir kämpfen an einem anderen tag wieder die 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 st sich guck mal was ich jetzt Merkwürdig. Noch mehr. Wir haben einen Laser-Pointer. Mehr weiter. Noch was. Wir haben ihn auch eingepackt. Dann verabschiede ich mich von dieser schönen Folge von Call of Duty Modern Warfare. Das reicht erstmal. Ich glaube nicht mehr mit der Zeit. Das war jetzt die letzte Folge für die Automatechn. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.